Hey Leute, hier ist Anne und ich war heute überhaupt nicht darauf vorbereitet, dass ich vloggen werde und es ist heute mega, mega heiß. Aber ich bin gerade mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren und einem kleinen Matsuri hier in Kofu über den Weg gelaufen und da dachte ich mir, da machen wir auch ein kleines Video draus. Also mal sehen, was ich jetzt so auf Spontane bei zu finden werde. Festivals in Japan bestehen größtenteils immer zu 90% aus Essen und ich habe mir jetzt hier ein paar, ich glaube grüne Teedangos geholt. Die sind auf jeden Fall mega lecker. Und oft gibt es dann auch ganz skurrile Sachen wie irgendwie Lumonade in der Plastiktüte. Warum nicht? Ich kann euch jetzt übrigens nicht genau sagen, was hier gefeiert wird. Also es ist so, dass hier der Schrein hat einmal im Jahr so ein Matsuri, bei dem sozusagen das, was auch immer der Schreinerd gefeiert wird. Das konnte ich jetzt hier aber irgendwie nicht direkt rausfinden. Ich dachte dann zwischendurch, dass dieses Matsuri hier ist wegen dem Kindertag, der heute ist. Aber irgendwie ist das wohl auch nicht der Fall. Also es ist zu Ehren dieses Schreins. Damit werde ich das Video jetzt beenden. Das war mal wieder ein kurzes Video. Ich hoffe, die kurzen Videos gefallen. Euch auch. Und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder.